1-Wheel-Fleife, Ketian, ab der Spitze, es geht hinauf zum Hörschlumpf, dann mit Diagonalen, Steinmauer, Kertwald, der Doppelmann, bevor sie dann in die Räte erstmal kurz kommen. Riechen-Fleife, Kisto, Füriro, Arco-Riedmann, Riechen-Fleife und Zirkus, dieser Leipzig. Riechen-Fleife. Riechen-Fleife, Höhe, Arce, geht es über die Steinmauer, in unter, über den Kertwald, einmal der rechte Hand zum Kondervan. Dann kommt der Kertwald in der Mitte des Parcours. Dann geht es bereits das erste Mal hinein in den Springgarten. Das war auf Rekke, haben sie nicht gehabt. Kein Problem, nein. Bildweiten, Testung, Bildung, Algorit, Bildung und Zettel. Jetzt kommt der Absprung. Es geht jetzt zum Erdball. Leicht rechtshand hinauf. Und kommt das sogenannte Bombo mit dem Absprungkalender. Dann geht es hinein in den Schreckgarten. Dann geht es hinein in den Schreckgarten. Dann macht ein Sprung, das fällt. Ich weise der Schreckgabüro mit dem Absprung. In den Schreckgarten. Leicht rechtshand. Dann geht es sich mal über die Ecke. Hinter dem Wasser und den Neuzböderstrump. In ruhiger Platz. Während der Flügel. Zähnungen gefahren. Jetzt können wir die Ecke hinter dem Wasser. Dann hat der Rausböderstrump auf rechte Hand. Und der Wasserkampf und Sturz. Und hier. Hei. Hei. Schade, schade. Und hier. der noch nachsetzt den Autorietisten vor dem Zirkel und Algorit. Die dürfen sich jetzt nicht verleiten, dass hier, wo geht es ab? Es geht nach dem Massengraben über den Nerven, dann hier auf dem Konkoma, noch einmal das Donbohin der Mitte und noch einmal der Springer. Hübilo auf der Karolbock, Zirkel, Algorit, Hübilo. Hübilo ist dran, da muss er aufpassen, dass er sich nicht zu stark vorauskommt, respektive sein Mangel Hübilo. Jetzt noch einmal über das Kombo, dann geht es wieder den Sprint an, und dann kommen die Ferne wieder auf den Ball und den Zahn. Da sind sie wieder dran, Hübilo und Mecisto. Und dann begrüßen wir das vom 6.4. Klinik-Klinik-Quartett vor dem Hübilo. Hier geht es über den Baumstamm, den Aussprung und dann Ball und Pass. Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-K Es ist Zirkel, Argo Hitler, Univon und Egisto, die erzählen etwas, darf ich unser Schlusszeichen. Die Wirtschaft der beiden Gründen parobieren Univon und Egisto. Jetzt kommt die Ferne, hier oben, über den Wald, links, und dann, rechte Hand, über den englischen, der Ortsbürgersprung, und noch einmal, der Spreker. Dann kommt die Ferne direkt hier auf die Regulation über den Land. Es ist Egisto. Egisto, hier, mit Algoritmen, Univon und Zirkel. Egisto, dort motiviert Egisto, hier liegt die Spitze, Algoritmen, Univon und Zirkel. Jetzt kommen sie aus dem Spreker, direkt hier an den Wald, ab hier, fast 90 Grad, rechts, zum Ortsbürgersprung, gleich die letzte Linie ins Ziel. 35 Interesse haben sie dann, absolut. Egisto, Algoritmen, Univon schieben sich jetzt an zweiter Stelle vor den Wald. Hier geht es nach rechts, Univon, von Egisto, der jetzt Tempo macht, wer kann folgen, Univon folgt. Algoritmen, Zirkel, Egisto. Achtjährige, in guter Manier geht er hier auf Univon. 1. Dech, in guter Manier geht es nicht. 1. T Fell. 4. 7. 5. 6. 10. 5. 10. 10. 5. 6. Wer hat die eisen Preserve? Er hat die eisen Preserve. Er hat die Eisen, die Gistow, 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 die Gistow. Er ist der Eingang, die Eingang, die Gistow und die Gistow. Er ist der Stahlkirche. Er ist der Hilfe von Filipe Schörn. Und Frau Feierling. Er ist der Eingang, die Gistow, die Gistow, die Gistow, die Gistow.